Happy Birthday to me. Happy Birthday to you. Happy Birthday singen ohne Angst. Heute bist du dabei in einem Jahr. Ja, Prost! Das ist eine ganz besondere Folge für mich, weil genau vor einem Jahr habe ich mein allererster Video hier auf YouTube online gestellt und auch auf meiner Homepage. Und ich wollte euch, bevor ich eine kleine Bonusübung euch gebe, einfach dafür bedanken. Ich habe ganz viele Feedback bekommen von euch und ganz viele Leute in die Singen ohne Angst-Gruppe und wir sind super, super weit gekommen und ich möchte euch danken. Cheers! Prost auf euch! Und zweitens, ich wollte euch ein bisschen erzählen, was ich so vorhabe in dem kommenden Jahr. Ich fliege in ungefähr einer Woche nach Las Vegas und ich werde dort weiterhin die kostenlosen Videos für euch drehen und ich werde auch einen Downloadbereich machen auf der Homepage, wo man, wenn man möchte, noch mehr Übungen und Tipps und Tricks dann halt downloaden können, damit man ein bisschen mehr für die Singerei machen kann. Ich werde auch was ganz Neues probieren nächstes Jahr. Ich werde meine Singen ohne Angst-Programm auf Tournee nehmen und zwar Masterclass-Workshops geben, damit ich ein bisschen mehr in eurer Nähe sei. Ich habe viele Kommentare bekommen, dass ich in Stuttgart bin und jemand ist in Wien oder in Berlin oder sowas und deswegen werde ich auf Tournee gehen. Aber um das zu tun, brauche ich eure Hilfe. Wenn ihr möchtet, dass ich in eurer Stadt bin, dann schreibt mich ein E-Mail und wir können irgendwie vielleicht zusammen tun, dass ihr ein Masterclass bei euch hostet in eine Schule oder irgendwelche Räumlichkeiten dort. Wenn wir vielleicht 10 oder 20 Leute zusammenbekommen, die von mir Einzelstunden nehmen möchten, zwei Tage lang und auch einen Gruppenunterricht, Masterclass haben möchten, dann können wir das alles organisieren. Okay, Fragen at singen ohne Angst.de könnt ihr mich anschreiben, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr ein Masterclass in eure Stadt hosten möchten. Ich freue mich. So, und jetzt geht's los mit eurer Bonusübung. Aber dafür muss ich das erstmal trinken. Okay, diese Übung ist für die Übergang. Das heißt, wenn man aus der Bruststimme rauskommt in die Mittelstimme, dass sehr oft gibt es ein Jodeln. Und dafür ist diese Übung ganz gut. Das Wort ist Nähe. Und ganz wichtig, ich fange tief an und an die hohe Stelle müsstet ihr ein bisschen hauchiger singen. So, die höher, die man geht, umso hauchiger werden alle die Töne. Okay, ich fange bei den Mädels an. Here we go. Ich demonstriere ohne Klavier, damit du mich gut hören kannst. Die erste Ton ist ziemlich fest. Der letzte Ton ist hauchig. Nä, 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 nä. Ja, und so könnt ihr mit Luft die Übergang machen, statt einfach physikalisch die Stimmlippen, die Größe zu ändern. Okay, here we go. Nee, 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 nee Jetzt solltest du komplett in die Mittelstimme sein und alles hat die gleiche Qualität sehr gut. Mädels, zurückspulen. Wir gehen weiter mit den Jungs. Sei vorsichtig diese Übung hat nicht mit laut und leise zu tun das hat was mit einem festen Ton und einem haugigen Ton zu tun. Auf dem Weg nach oben lässt du immer ein bisschen mehr Luft rein. Sehr gut Jungs! Jetzt zurückspulen. Mach's nochmal bis es dann halt richtig drin ist. Viel Spaß! Wenn du eine besondere Frage hast zu deiner Stimme, dann e-mail mich einfach, fragen at singenohneangst.de Und wenn diese Video dir gut gefallen hat, dann abonniere mich. Oh, und wir haben jetzt neulich eine Facebook-Gruppe. Es heißt Singen ohne Angst TV mit von Arnold. So, like mich und dann können wir dann halt auf Facebook ein bisschen chatten und uns gegenseitig motivieren und inspirieren. Auch wenn dieses Video dir gut gefallen hat, dann ganz schnell deine Popos rüber zu meiner Homepage singenohneangst.de und melde dich an für meine Newsletter, weil nur die Sänger, die meine Newsletter haben, bekommen besondere E-Mails von mir mit noch mehr Tipps und Tricks und besondere persönliche Erfahrungen, die ich gemacht habe. Okay, super, wir sehen uns dann. Denk dran, es gibt keinen Mensch auf der Welt, die genau die gleiche Stimme hat wie du. Deine Stimme ist was ganz Besonderes. Es ist genau wie deine Fingerabdruck. Und wenn Singen dein Traum ist, lass es dir bitte von niemandem ausreden. Gott oder in wem auch immer du glaubst, kreieren nicht irgendwelche Menschen, damit die ziellos rumlaufen können. Jeder von uns hat eine Gabe und ist auf dieser Welt, um was zu erleben. Und unsere Träume sind dazu da, uns in die richtige Richtung zu führen. Also, wenn Singen dein Traum ist, denn singe! Ohne Angst und mit Mut. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder und bis dahin, happy Übing! That's where we'll meet By the river So sweet So sweet So sweet So sweet